So, ich mach natürlich weiter und wir haben es hier mit Druiden zu tun und Klaus-Cyclone haben wir bekommen. Was auch immer das sein soll. Hold RT und R when you have enough rage. Okay. What the fuck? Wie geil ist das denn? Alle tot, ne? Oh, shit. That's what I'm talking about. Zack. Und weg mit dir. Schöne Scheiße. Ich hab den Schlamassel nicht favoriziert. Ich kann nichts dafür. Okay, was ist das? Ach, ein Teleporter. Okay. Ah, ah, aha, aha. Au. Ui, da spritzt hier aber Öl. Das ist geil gemacht. Dass da nicht Blut spritzt, sondern wirklich Öl. Au. Ach du Arsch. So. Ach, du lebst noch, oder wie? Und, hopp. So. Okay, hier brauch ich so ein Power-Ding. Das kriege ich höchstwahrscheinlich von da hinten irgendwo. Ach, da ist es ja auch schon. Na, irgendwie scheint das Ganze mir ein bisschen leicht, ja? Ja, war ja klar. Oh. Ah, jetzt langsam kommen wir, ähm, also... Das ist heftig. Au. Au. Okay. Jetzt kommen wir langsam zu den Gegnern, die, äh, ein wenig, äh, mit der Technologie weiter... ...sind. Okay, ich warte mal, bis er eine Rakete abschießt. Ja, tut er ja nicht. Au. Ja. Haha. Aber ganz schön stabil, so ein scheiß Ding. Oh, wow, 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 hey, hey, hey. Okay, ah, okay, springen kann ich auf jeden wahrscheinlich auch nicht. Was heißt wahrscheinlich nicht? Ich teste das doch gerade. Okay, jetzt regst du mich ein bisschen auf, kleiner. So, das war's auch mit dir. Blödes Ding, hoffentlich kommen nicht noch mehr davon. Oh, ja, Lubu, nächstes Mal halt einfach deine Fresse. Mach das nicht Spaß? Au, da ist noch einer. Was zur Hölle? Das war ja auf einmal, das ist ein bisschen unfair von der Sorte. Oh Gott, ich verliere die Kontrolle. Ah, meine linke Arschbacke juckt. Was kann ich machen? Ach, mein Daumen tut schon weh. Oh, so. Autsch. Das kann ich, wie mein Daumen weh tut. Die können seit auf X smashen. So, kann ich da rüberspringen? Ach ja, Gott sei Dank. So, Moment, ich... Ah, kratz mich mal kurz. Oh Gott, tut das gut. Oh, so. So. Huiuiui. Checkpoint, ja, das ist doch schon mal gut. Kann ich hier rein? Nein, da gehe ich lieber nicht hin. Denn da sind ein paar Leute, die mich begrüßen. Okay. Yo. Instant Death. Super. Da kann ich wahrscheinlich nicht hin. Okay, dann muss ich doch diesen schweren Weg nehmen. Huiui. Ach, das seid ihr. Das ist eine verdammt geile Attacke, Leute. So, was findest du eigentlich? Du hast hier gar nichts zu sagen. Gemetzelt. Ach, das seid noch mehr von der Scheiß-Sorte. Ach, scheiße. Und weg mit dir. So. Ach, du willst das gleiche Schicksal wie dein Kumpel, oder? Zack. Na, da hast du's. Damit werden auch diese Witzfiguren erledigt. So. Aha. Ah, okay. Geile Sache. Hier ist nichts mehr, nehme ich an. Ach, doch, hier noch. Ah, okay. Ich hab im Hintergrund was gehört. Anscheinend ist da ein Gegner. Ah, auf Zeit. Wollt ihr mich verarschen? Ich hasse solche Time-Attack-Events. So. Oh, komm schon. Oh Gott. Oh. Oh. Puh. Geschafft. Okay, da ist ein Teleporter. Aha. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? Niedlich. Geile Scheiße. Gibt's hier irgendwas? Aha. Lubu hat ein Geheimnis. Lubu hat ein Geheimnis. Oh Gott. Geheimnis. Was ist denn das da hinten? Äh, wird doch nicht angezeigt, was das ist, ne? Aber schön, dass im Hintergrund, da seht ihr das? Das find ich echt hübsch gemacht. So, kann ich mich fallen lassen? Ja. Ist ganz schön hoch hier. Botanischer Garten. Gefällt mir. Anscheinend kann ich auch da in die Tür kann ich nicht. Da auch nicht, da auch nicht. Ach, muss ich wohl? Wohl oder übel? Da, wo die Katzen mich hinbringen, was? Ah, nö, nö. Okay, die sind ja bei weitem nicht so schwer wie diese komischen roten Roboter. Die waren ja wirklich der Oberburner. Oh, come on. Don't all get up on me yet. Zack. Und weg mit dir. Ein kurzer Shoryuken. So geht das Ganze doch am leichtesten, oder? Oh. Blub, 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 blub. Bist er soffen. Ach, da kommen noch mehr von euch. Wie geil ist das denn? Level 19 schon. Wann hatten wir denn Level 18? Bitteschön. Au. Weg mit dir. Und fuck you. So. Du da hinten nervst mich ein wenig schon. Langsam. So. Oh, hab ich dich... So, weg mit euch. Ach, da kommen aber ganz schön viele. Oh. So, weg mit dir. Au. Weg mit dir. Und weg mit... Eigentlich dir auch, aber... So, das sind normale Menschen. Die halten kaum was aus. So, dir erblüht ein brutales Schicksal. Oh, du hast dich gewertet, mein Süßer. Ja, nicht lange. Sure, you can. Hallo, Doc. Mach mal die Augen auf, bitte. Ja. Aha. Wie? Entschuldigung. Hast du eine Level 5-Klärmung? Äh, ja, natürlich, aber... Er kann davon, von Glück reden, dass nicht die Krallen draußen waren. Scam verabschiedet. Willkommen, Dr. Lathrop. Danke, Doc. Der typisch berühmte Satz von Bugs Bunny. Danke, Doc. So, wir sind irgendwo in einem Fahrstuhl unterwegs nach nirgendwo. Und ich hoffe, hier tauchen jetzt keine Stealth-Gegner auf. Ach, du Scheiße. Das sieht ein bisschen groß aus. So, wir tun mal die Krallen wieder rein, weil wir sind ja ein netter Gast. Hier, wir kommen in Frieden, so. Und ich bin mal gespannt. Let's do this, ja. Hm. Also, ich muss ehrlich sagen, das Spiel, ähm... So, die Gegenwart mag ich viel lieber als diese blöde Vergangenheit. Oh. Das ist ja ganz schön groß. Ja, Logan riecht etwas, hast du gefurrt? Hm. Okay, das ist aber... Boah, leck mich doch. Kann ich da durch? Nein. Aber ich hab einen Kratzer hinterlassen. Autogramm von mir. Das ist halt ganz schön groß. Erinnert mich bisher an Spider-Man 2099 grad. So, wir steigen noch nicht aus, sondern machen an dieser Stelle mal einen Cut und sehen uns einfach gleich wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen, genauso wie mir. Denn langsam kommen wir, denke ich mal, zum Ende. Und es wird spannend und spannender. Für mich zumindest. Für euch wahrscheinlich nicht. Aber... euch zwingt ja keiner das zu schauen, ja? Also, bis gleich. So, moin Leute. Da bin ich auch wieder. Und... Oh, direkt mit einer Cutscene fangen wir an. Das ist doch schöne Sache. Wir sind in einem systematischen Labor gelandet, was verdammt groß ist. So, jetzt kommt noch mal eine Rückblende... Oh, Moment.